Was ist denn, wenn wir einfach probieren, oben was zu bauen? Das ist nochmal kaputt hier. Theoretischerweise könnte man ja jetzt ein Dach drauf bauen. Nee geht nicht. Ach man. Achso, der hat schon unser Wasser gebaut, warte. Oh, ich komme da hoch. Wie man da Wasser weiter baut. Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. So, hier ist auf jeden Fall das Fundament noch. Wie es hier unten lang schwimmt. So, mal kurz Luft holen wieder. Eine Unterwasserbrücke. Schön im Zickzack gebaut. Oh nein, ich ertrinke. Ich bin sehr tot. Oh, gut. Oh, gut. Sehr schön. Eine. Kannste nämlich aus dem Wasser aussteigen. Und hier rüber. So. So, ich muss nämlich auch schon mal kurz in die Base. Ich bin nämlich gleich tot. Da kommt. Da kommt. Zieh. Zieh. Oh. Airdrop. Oder? Ach nee. Das ist hier Furniture. Und Feuerwieser auch hier. Verbrannt. Und gekocht. Man. Haben wir es? Wir haben es echt zu lange drinnen gelassen. Kannst du auch noch essen? Das war keine gute Option. Ich bin tot. Lol. Einfach mal gestorben. Beim Essen. Ja. Seht ihr ja. Wie schnell das geht dann. Gibt es auch so. So. Pfeile. Steine brauche ich nicht mitnehmen. Leder. Die Fackel brauche ich auch nicht. So. Weißt du was? Wir essen uns selbst. Weißt du? So. Dann schmeißen wir ihn einfach mal weg. Können wir das nämlich hier noch einladen. Und das hier auch. Ja warte. Das war. Das ist zu viel. Dann schmeißt du nämlich das Zeug sonst so raus. Genau so. Ja warte. Ja warte. Wir können das nämlich auch so machen. Oder? Dann schmeißt du mich das Ganze einfach nämlich draußen hin. Und wir brauchen es nämlich immer nur einsammeln. Das ist nämlich der automatische Ofen. Haben wir nämlich zwar das verbrannte wieder mit. Ist aber nicht tragisch. Das ist schön gegrillt hier. Das ist auch gegrillt. Und hier haben wir nämlich noch das hier und das. Na ja. Braucht noch ein bisschen. Da ist noch ein bisschen was drinne. So. Das steigt immer weiter. Sehr schön. Stein. Die Knochen haue ich einmal mit rein. Dann Stoff haue ich mit rein. Tierfett. Die Fackel kann raus. Und Deleter. Ich würde sagen wenn wir hier. Oh mein Hammer ist schon weg. Ich würde sagen wenn wir hier einfach mal. Ne. Ich bin ja unbenannt. Wenn wir hier einfach mal ein bisschen. Die Bude aus Stein bauen. Ach das denke ich mal schon zu. Dass wir nicht geradet werden. So ja. Weg damit. Auf jeden Fall erstmal die Außenwände. Also natürlich wenn wir es schon auf Metall haben. So. Das hier ist nicht ne. Das hier ist schon auf Stein. Ist auch schon auf Stein. Das auch. So kann man noch gar nicht reparieren. Okay. Können Sie persönlich schon auf Stein aufwerten. Wir haben keinen mehr. Oh Gott. Warte. Warum verbrennt es das Schweinefleisch? Ich brauche das Schweinefleisch. Ich brauche das Schweinefleisch. Gegrillte Schweinefleisch. Und aus. Wir können ja tausend hier drinnen lassen. So. Hier haben wir nämlich auch noch Metall und Kohle. Wir könnten auf jeden Fall schon mal Blechtüren bauen. So. Jetzt haben wir nämlich erstmal drei Blechtüren. So. Und. Kann man das nicht wieder entfernen das Schloss? Das Schloss entfernen. Sag ich doch. So. Und jetzt machen wir nämlich Remove. Und hacken hier nämlich ganz fix die Tür aus. So. Aufmachen. Und. Remove. Ja. Drop. So. Dann nehmen wir natürlich das Schloss hier wieder. Und. Und. Ja. Schloss fix wieder dran. Und. 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 Schloss fix wieder dran. Metal Tear. Ja. Das Flugzeug ist echt nah bei uns. Und. 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 Und Plass hat. Und. Jetzt wissen wir. Ja. Wenn. crawlingrand. Ja. Den invakieren. Haben sie sich getötet? Ich habe es gerade noch gesehen. Ach so, äh, Code, wie immer. Führen wir den Null. So, ich werde es auch schon mal ausmachen. So, dann auf jeden Fall, danke schön fürs Zuschauen. Bis später.